... um okayer Höhe. Also, was war da vielleicht so als Balken für den Raum? Aber später haben wir es hin. Wandere auf jeden Fall mit. Mittags. Kommt hin, passt ja. Ich habe jetzt eine praktische Sonnenuhr gebaut. Ach, das wäre das. Hier, jetzt müsste ich hier natürlich noch eine Treppe haben. Dafür habe ich ja noch die anderen Treppenblöcke da. Oh ne, die Schrägen brauche ich noch. Den muss ich mal eben holen. Weil der Eingang ist ja noch nicht fertig. Da Treppen und Schrägen und ein paar Knott davon. So. Der Eingang. Oh, ne, passt. Zack. Jetzt sind keine Türen drin, das wird das Problem sein. Aber man könnte hier vorne Gitter machen. Wenn wir jetzt... Hier ziehen wir die hoch. Ah, egal. Wenn wir jetzt schon hier Wände hochzieht. Mal gucken, wie das aussieht. Mal gucken, wie das aussieht. Eventuell muss der auch einen höher noch. Ich möchte noch das Werkzeug dafür. Da. Den nochmal höher... ...den auch nochmal höher. So. Das heißt, im Interpekt den auch höher. Den auch höher. Den auch höher. Das heißt im Interpekt den auch höher. Und hier darf, wenn ich hier muss, fetter Bock bleiben. Aber hier darf noch flache Wände rein. Und hier muss ich ja eh zu bauen. Ich muss ja auch noch gucken, wie ich das mache. Wände müssen eh zu. Jetzt wollte ich gucken, diese Götter, die wir haben. Türen. Türen sehen blöd aus. Was gibt der Carpenter Türen? Was ist das jetzt hier? Okay. Das sind Türen. Ich gehe in die Carpenter-Dinger. Die Doros. Carpenter. Die Gates. Ah. Eins. Ja, ich glaube ich noch. Erstmal so zum Gucken. Weil ich ja kein unnötiges Zeug hier haben will. Wenn wir das... Ja. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt die Frage. So. Oder vielleicht noch einen runter. Das ist ja nervig, ne? Wenn man alles so besitzen muss. Ja, da geht nur oben die Striche. Aber egal. Darum machen wir das zu. Machen wir das denn auch. Also. Eins. Zwei. 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 Haben wir. Jetzt habe ich den, 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 den wieder höher gemacht. Passt das? Man kann nicht eigentlich den wieder untersitzen. Da lasse ich ihn oben. Moment. Oder sagen. Gibt es ja auch. Da lasse ich es. Der kommt weg. Der kommt weg. Der kommt weg. Und der kommt weg. Halbwind hinziehen. Schon wieder dunkel. Und dann einfach eins, zwei, drei, vier. Und zu. Ja. Da haben wir Türen noch drin. Sieht gar nicht aus. Machen wir Platten vor. Damit wir vorlaufen können. Sollte ja passen, wenn wir die hier hinsetzen. Geht das? Ja. Geht wunderbar. Und hätten wir das auf jeden Fall fertig gemacht. Das heißt, ich ziehe gleich noch die Wände rein. Na ja, die Wände mache ich noch für den ersten Stock auf jeden Fall. Und dann mache ich noch die Treppe für den zweiten Stock. Jetzt sitzt das Ding auf mir. Weg. Und dann haben wir auch fast die gute drei Stunden, zwanzig Minuten hinter uns. Auch schon wieder eine lange Session gewesen. Moment, ich habe ja vor der Tür auch noch. Dann nehmen wir mal die eben gerade. Und um das jetzt ein bisschen zu vereinfachen. Ja. Das ist jetzt ein bisschen... Das ist immer blöd. Musst du mal auf und zu machen. Ist ja nervig. Da ist jetzt kein Monster drunter. Ändert sich vielleicht bald. Was machen wir für eine Treppe? Machen wir hier eine hin? Die dann in zwei Spuren geht. So, hier. Was denn das wäre? Jeweils. Jetzt bin ich überlegen, ob ich eine Treppe dagegen mache oder eine Schräge. Eine Schräge sieht, glaube ich, ganz gut aus, ne? Dann hat es wieder eine Treppe drauf. Dann wieder eine Schräge. Dann wieder. Und dort. Aber jetzt im Endeffekt, hier kann ich sowieso die Wände zumachen. Weil ich es ja nicht mehr brauche. Jetzt könnte ich... Ja, das ist zu wenig noch. Da kann ich auch fast hoch gehen, so. Da kann man auch ganz hoch gehen. Ja. Mit den Schringen sieht es ganz gut aus. Ja, da kann man ganz hoch gehen. Muss ja eh hier so gemacht werden. Obwohl ich... Moment. Eins, zwei, eins, zwei. Ah, ne. Doch, die hätte ich lassen sollen. Dann die Treppen drauf. Und dann die Dinge wieder weg. Da hat ein Schrägen drunter. Das hat auf jeden Fall was. Das ist echt nice. Was uns dann auch helfen könnte. Geländer. Geländer, Geländer, Geländer. Noch einer noch drauf. Ah, jetzt muss ich noch ein bisschen mit den Blöcken hier spielen. Moment. Du musst raus, weil du kurz wieder in der Treppe. Der rein. Der nochmal so. Zack, zack. Da muss ich hier ein bisschen schauen. Das wäre jetzt ein bisschen tricky hier. Auf jeden Fall erst mal das hier. Nee, so ist denn so. Oh, so ist gut. So lassen wir das. Kriegen wir die eng auch noch? Anders. Gehen wir da kleine Ecken raus. Ah, ein bisschen Käse. Dann sind sie so ein Überstand. Schade. Egal. Das gefällt mir. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was sind die Ecken? Ja. Das macht nichts. Und so kriegt die... Die Ecke ist genau so dahin. Die Ecke ist genau so dahin. Wir müssen hier auch zu treten hin. Dann kriegen wir das langsam... In die Wege hier. In die Wege hier. Jetzt kriegen wir ein bisschen ausgemärzt. Das ist... Das kann man verkraften von dem Ganzen hier. Ja. Nice. 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 Treppe gefällt mir. Kannst du hier so hoch. Dann hier runter noch. Dann hast du schon die Hälfte... ...der ganzen Sache wieder. Gut, da muss jetzt wieder eine... ...Treppe hin, vermute ich mal. Wenn ich glaube ich nicht ganz... ...ne ganze Blöcke. Ah, jetzt ist das Blöd. Mit der Ecke. Obwohl, da schmiegt das Geländer ein bisschen ab. Ja. Das ist doch okay. Dann müssen wir gucken, wie weit wir natürlich nach vorne gehen können. Gut, dann hier... Eins. Zwei. Ja, da würde ich hier schon so ein Problem machen. Vier Stück. Einer Platz frei, einer Platz frei. Ja, passt. Vier Stück. Damit ich an das Geländer nicht rankomme. Komm. Ich freue mich gerade riesig, ey. Macht gerade richtig Spaß. Das große Aussehen zu machen. Gut, jetzt kommt natürlich die Einwandseite. Jetzt kommt wieder Decke rein. Aber es ist nachher noch doch die Außenmauer und sowas alles bewirken muss. Ich würde hier gerne so eine schräge Wand hoch an der Seite. Da eher die Sonne erscheint. Jetzt ist nur die Frage, ob ich über das ganze Ding ziehe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir machen jetzt immer sechs Stück. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Kann ich wirklich machen, habe ich noch welche in der Tasche? Nee. Ich muss noch welche holen. Dann mache ich so schrägen. Schrägen mit Glas. Was in so einer Abrundung wird. Vielleicht nicht, ob ich das ganze Ding ziehe. Oder die ganze Seite. Schrägen. Brauche ich mir noch welche? Jetzt kann man ja die Tablet benutzen. Bam, ba-dam. Bam, ba-ba-bam. Bam, ba-bam. Vielleicht macht man das auch nur in so einer Ecke hier. Guck mal, hier hätten wir, könnten wir vielleicht die Ecke nutzen hier. Zwei, drei. So. Und dann sagt man eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die beiden ja natürlich weg, Guck mal, dass man vielleicht die Ecke als Highlight nimmt. Zwei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wäre die... Und ich mache ich eine kleine Ecke. So. Gucken wir mal, wie wir es das mit... Das ist komische Fütter-Ei hier essen. Ah, Gott, ist nur hungrig. Macht nichts, passt. Das, post. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Dann muss der Berg natürlich auch noch ein bisschen weichen. Das weiß ich natürlich dann auch. Und dass man vielleicht hier, wenn ich den gerade gemacht habe, dass man so auf so einen Teich... Und dahinter hat den Berg mit Bäumen noch sowas... Ah, der Berg ist schon ganz nice. Ah, den meint er bestimmt Senders auch. Dass man dann da... Sagen, seine Ruhe hat. Und wenn wir jetzt... Den brauchen wir noch. Dann mache ich hier die Treppe hin. Wenn ich gleich hochkomme... Ah, scheiß Pendemann nervt. Oh, der tickst jetzt ein bisschen aus. Ich brauche nur das zu machen. So, pennen gehen. Zack. So, pennen. So. So, pennen.